Alles, was die Menschheit erleiden musste, hat uns zu einem finalen Ziel gebracht. Wiedergeburt. Vor 13 Tagen haben Agent Ellie Langford und ihr Team einen blinden Vorstoß auf einen unbekannten Planeten gewagt. Aber wir verloren den Kontakt. Unsere oberste Priorität ist jetzt, Agent Langford und ihr Team zu finden und zu sichern. Dafür ist es zu spät. Hände auf Ort, Mann. Der Marker hat für euch alle einen Plan. Wir brauchen ihn. Diese Mission braucht... Brauchen wir ihn oder brauchst du ihn? Wenn die Zeit kommt, werdet ihr alle wiedergeboren. Hey, haben Sie mir was zu sagen, Käpt'n? Ihretwegen sind wir hier. Es ist schwierig, die Schäden, die die Menschheit angerichtet hat, rückgängig zu machen. Alles, was wir berühren, kontaminieren wir. Es tut mir so leid. Wir alle werden vollkommen sein. Die Schäden, 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 die Vielen Dank.